Hey ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Sardinien-Vlog. Wie ihr seht, habe ich mir bereits am Flug auf meinen Stressball geholt, weil ich den so schön fand. Der ist aber bereits kaputt gegangen. Also benutze ich jetzt, während ich das Voice-Over mache. Einen anderen, weil ich finde, dass er sich schön beruhigte. Unser Flug hatte erstmal zweieinhalb Stunden Verspätung. Das war aber nicht so schlimm, weil man konnte dafür den Sonnenuntergang im Flugzeug sehen. Und ich liebe es zu fliegen. Gerade das Abheben ist so ein schönes Gefühl und man fühlt sich so frei. Man merkt, wie klein alles ist, die Welt aber so groß. Ja, es ist so wunderschön von oben. Aber gleichzeitig geht auch so viel Trauriges in der Welt ab. Man denkt super viel nach. Und ich liebe es einfach zu fliegen. Ich liebe, 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 liebe es. Ich mache es leider sehr, sehr selten. Aber, ja, da kann man den wunderschönen Sonnenuntergang sehen. In echt sah das noch tausendmal schöner aus. Ja, es ist einfach wunderschön. Angekommen im Paradies, im Paradies, im Paradies. Ich zeige euch jetzt die wunderschönen Blümchen. Sollte ich mal auf Sardinien leben und einen Garten haben, dann möchte ich die unbedingt in meinem Garten auch haben. Und mit dem blauen Himmel sieht das so wunderschön aus. Und ich werde euch vorwarnen. In diesem Video werde ich sehr oft die Wörter wunderschön, schön, wundervoll benutzen. Oh, wow, das ist so schön. Die pinken Blümchen, die pinken Blümchen, die pinken Blümchen. Und der Ausblick ist auch der Wahnsinn. Ach, Mann, ich vermisse es, so dort zu sein. Ich möchte da echt mal leben. Das wäre wirklich ein Traum. Man findet sich so viel besser. Die Haut ist so viel besser. Die Luft. Gut, das war der Weg zur Straße. Es stehen ganz viele Feigenbäume dort. Und es ist ein Privatgelände. Ich liebe Feigen mittlerweile. Und ja, hier sind wir im Auto unterwegs nach Iglesias zu einem Schiena-Shop. Das ist nämlich immer Pflicht. Und zu einer Panne gehört natürlich auch ein Panne im Auto. Ja, schaut euch die wunderschöne Landschaft an. Das ist einfach toll. Hier habe ich einen Zeitreffer gemacht, weil die Aufnahmen relativ lang gingen. Ihr könnt gleich die wunderschönen Gebäude sehen. Schaut euch an, wie schön das alles so erseht. Ganz anders als hier in Deutschland. Nicht so eng bebaut. Wenige Autos fahren dort oben. Eine einzige Ampel gibt es da. Gefühlt. Ja, und hier waren wir dann auch schon im Schiena-Shop. Da habe ich auch ein bisschen Wasser mehr für euch gemacht. Ich habe dort nicht so viel gefunden. Aber ihr habt ja schon gesehen in meinem Video, was ich mir alles gekauft habe. Ja, wenn ihr noch ein bisschen bei ihr Wasser mehr habt. Was sind das für Schuhe, Leute? Schau dir in mein Gesicht an. Was sind das für Schuhe? Gefallen sie euch? Super süße Schäfchen. Das ist die Katze, die dort im Weingarten ist. Die wird aber auch immer gefüttert. Der geht also ganz gut. Eine Muschalkette habe ich mir dort auch gekauft. Und jetzt kommt mein absoluter Lieblingsplatz. Schaut euch das mal an. Ist das nicht wunderwunderschön? Die Aussicht ist ja wohl der Knaller. Dahinten ist der Bandlzug. Oh, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Oh man, das ist echt ein Traum dort oben. Das ist jedes Mal vielleicht dort anzuhalten. Hier seht ihr die kurvigen Wege. Auf dem Weg zum Meer. Das ist echt nichts für schwache Nerven. Man wird super viel herumgeschüttelt. Vor allem in dem Band. Aber das gehört irgendwie dazu. Nur nach so einer halben Stunde wird es mir meistens schlecht. Aber dafür kriegt man das als Belohnung hin. Das Wunder von der schönen Meer. Das ist in Bouchero. Mein absoluter Lieblingsstrand. Es ist so schön dort. Man findet immer ein freies Plätzchen. Egal wie voll es ist. An dem Tag war das Meer sehr stürmisch. Aber eine kurze Vankülung muss sein. Das Meer, das Meer, das Wunder, 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 Schöne Meer. Das Meer, das Meer, das Meer, das Meer, das Meer. Die Sophia, die Sophia, die Sophia. Wenn ich das schon wieder sehe. Man möchte doch einfach nur zurück. Was mache ich nur bei Deutschland? Ja, meine Selbstständigkeit war wichtig. Aber das war so. Oh Gott. Es ist so wunderschön dort. Hat die schon mal ein Bouchero? Sag mir mal gerne Bouchero. Das würde mich interessieren. Aria, fernweh, das tut es. Und an dem Strand sind sogar Hunde erlaut. Und ich habe meinen Hund so vermisst und musste das füllen. Aber mein Hund ging es gut. Der war in der Zeit von meiner Mutter. Und was zu snacken. Ich brauche immer was zu snacken. Aber mehr. Ich habe da immer so Hunger und beobachte den Hund. Währenddessen ich etwas snacke. Snacke, snacke, snacke. Snacke, 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 snacke. Ja, und jetzt chillt eine Runde mit mir. Relax. 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 Vergesst all eure Sorgen und Gedanken für einen Moment. 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 Schaltet ab und genieß die kleine Reise mit mir. Die Reise zum Meer. Die Reise, die Reise, die Reise, die Reise zum Meer. Zurück auf Richtung Weingarten. Auch eine wunderschöne Aussicht. Ich kann immer nur aus dem Fenster schauen. Generell wird mir total schlecht, wenn ich aufs Handy schaue, währenddessen wir dort fahren. Deswegen kann ich immer die wunderschöne Aussicht genießen. Und natürlich auch Vorteile. Fernsehen, 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 Fernsehen. Hier war mir an einem Strand hinter Bouchero, also am nächsten Tag. Und das war auch wunderschön. Dort konnte man richtig gut schnorcheln. Ja. Es war auch nicht so tief. Da habe ich nicht direkt so Panik bekommen. Warum Panik kann ich euch gleich nochmal erzählen. Hier war so ein kleines Fossil. Ein Stein. Eine Schnecke, eine Muschel. Was hat immer das alles gemacht? Ich wollte gerade etwas Gutes machen, aber wusste nicht genau was. Also genießt einfach die Aussicht aus wunderschönem Meer. Wunderschönem Meer. Wunderschönem Meer. Wunderschönem Meer. Schöp. 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 Oh ja. Ein wunderschön Eifel, den ich da gerade habe. Und jetzt genießt ihr wieder den wunderschöns Meer. Das Meer. Schöp. 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 Das Holzige Basse ist der Teufel. Schöp. 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 ... die Spannung, demonssea, Z нов, die Population verspannen, satzai, sotui, sotui, dunkel, abfaschen, saf six, saf six inch, saf six inch, sodi, saf. Sotui und hier sieht die kleinen Gräbese, kleine Muscheln, die sich bewegt. Also da sieht es aus. Und abtauern. Abtauern ins Meer. Das sieht so schön aus, diese Unterwasserwelt. Einfach nur so schön relax, take a minute and calm down, calm down, calm down. Das ist auch total schön, dass sie sich hin und her bewegte. Ich wünschte, ich hätte das ein bisschen länger gefühlt, aber es ist ja nicht so schlimm. Die Unterwasserwelt, die Unterwasserwelt. Da ist immer alles ruhig, egal wie stürmisch es oben drauf ist. Unter Wasser ist es immer ruhig. Ja, ich liebe diesen Strand. Ich weiß leider gerade nicht, wie der heißt. Aber den haben wir natürlich zuvoll entdeckt, weil wir immer weiter geradeaus gefahren sind einfach. Und dann sind wir dort ausgekommen. Ja, hier seht ihr nochmal die wunderschöne Unterwasserwelt. Gleich seht ihr auch nochmal Fische. Es war so schön klar dort. Das ist immer, das Meer ist immer so schön klar. Sardinien. Echt ein kleines Paradies. Ein kleines, großes Paradies. Das war wieder im Boucher, glaub ich. Ja, hier seht ihr, wie Sophia sich freut, im März zu sein. Und wir können sie entglänzen. Und es gibt im März, wo man sich an den Fällen erfreut. Oh man. Ich vermisse es nicht, dort zu sein. Würdet ihr es gerne im März zu sein? Sagt mir doch Bescheid in den Kommentaren. Oder seid ihr nicht so der Meertyp? Da habe ich eine Muschel entdeckt. Ja, hier seht ihr mich schon. Es ist etwas schwer zu tauchen und gleichzeitig zu filmen, finde ich. Ich kann meine Luft auch nicht Ewigkeiten erleichtern, aber ein bisschen geht es schon. Mit der Kamera war das echt schwer. Aber ich fand die Aufnahme ganz cool. Hier seht ihr einen Tintenfisch, einen Tintenfisch, einen Tintenfisch, einen Tintenfisch, einen Tintenfisch, einen Tintenfisch. Ich trage ja normalerweise eine Brille. Und ich kann die Dimension ohne Brille. Ja, hier seht ihr mich tauchen. Den schönen Aufgang, den üben wir nochmal. Aber ich wollte die Aufnahme trotzdem drin lassen. Ich trage ja normalerweise eine Brille. Und ich kann die Dimension nicht so gut abschätzen, wie tief etwas ist. Und deswegen ist es manchmal ein bisschen gruselig für mich. Aber es ist echt so egal, wie stürmisch es rum ist, über dem Wasser. Aber unterm Wasser ist es immer ruhig. Das war übrigens in Kia, Domus de Maria heißt das. Hier seht ihr ganz viertel Fischis. Und Kia, das ist wunderschön, dass es anderthalb Stunden weg von da, wo wir waren. Aber es lohnt sich immer wieder. Da kann ich mir auch vorstellen zu wohnen. Ja, in Kia sind wir auch immer richtig lang. Wunderschönes, hallo Fischi. Wunderschönes, klares Wasser. Ja, hier ist eine kleine, kleine Slop, wo man aber nicht durch konnte. Mit Seeigeln. Und ja. Heute kommt yeah. And the water, and the water love. Auf свобод иск semicic help unbelievable listening. Underwater love. Untermroduct love is your love. B Ajaj親, as itbows.×3 꿈 때� to explain honors von sola or Cool, beautiful, really. Wie die Wasser, ähm ... wie kann man das nicht sprechen? Wie die Sonnenstrahlen durchs Wasserscheinen, das ist einfach wunderschön. Ah ja, hier waren wir in Cala Domestica, Cala Domestica, Cala Domestica. Dort habe ich auf dem Badplatz die Marmelade gekauft. Und das ist der zweite Strand, da muss man so durch eine Höhle gehen, die könnt ihr gleich sehen. Und dann ist das noch ein zweiter Strand und den Nürnberg-Strand seht ihr aber auch noch. Und auf dem Berg da gegenüber, da bin ich auch mal gelaufen. Aber, ja, noch einmal bisher. Jetzt nehmen wir es auch nicht ohne. Cala Domestica ist auch wunderschön. Auch wunderschönes Kristallglas Wasser. Hier könnt ihr die Höhle sehen. Und da sieht man auch nochmal, wie dir gießt das Wasser wirklich wahr. Das ist echt der Knaller. Dort zu tauchen macht auch sehr viel Spaß. Es tickt total viel und viele springen auch von den Krippen dort. Das ist der Hauptstrand. Und, ja, da lagen wir bisher aber noch nicht immer nur auf dem anderen. Hier könnt ihr die Handtücher sehen, von denen ich ja so begeistert bin. Weil die nicht so viel Sand oder gar keinen Sand eigentlich, ja, annehmen. Und auch viel schneller trocknen und weniger nass. Also, ja, sind sehr, sehr cool. Wieder am Strand. Wunder, wunderschönen Strand. Mit Aussicht auf Bandi, Zucker, Zucker, Sand, 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 Sand. Das sieht immer so schön aus, wenn man den so riesen lässt. Riesen lässt riefen, erst riesen lässt. Der Sand, der Sand. Sand, 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 Sand. Sand, 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 Sand. Und hier wieder das wunderschöne Meer. Leute, wieder die wunderschönen Sonnenstrahlen. Das wunderschönigste, ein klare Wasser. Wenn ich dort mal wohne, dann gibt es ganz viele Videos am Meer. Mal sehen, ob ich das echt irgendwann mache. Aber, ja, was soll ich sagen? Meine Lebensqualität ist dort ganz anders. Die Luft wird sich ja sehr schön. Alles wird sich schön in die Haut. Das Essen ist viel leckerer dort. Also, da gibt es so viel Meeresfrüchte. Und ja. Ich danke euch für euren ganzen Support. Und danke euch auch für's heutige Zuschauen. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wenn ihr beziehungsweise Fragen habt, stellt sie mir gerne in den Kommentaren. Ich versuche, alles zu beantworten. Und ja. Sleep well. Relax. Sleep well. Sleep well. Relax. Ciao, ciao, ciao. Tschüss, tschüss, tschüss. Ciao, tschau, tschau. Bye, bye. Tschüss, tschüss, tschüss. Jetzt lass mich die ganze Glitzkinder durch meine Aufwand spritzen. Springen, 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 durch meine Aufwand spritzen. Und das ist mir so wichtig. Tschüss, 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 tschüss. Relax. Relax. So, tschüss. Gillibau ist mir Another. commun constantation. Bis zum nächsten Mal.